So, Matthias ist auch schon da. Ein Traum wird wahr. Das ist nicht so cool, weil wenn du da drauf bist, haben wir ja kein Fahrschulschild auf dem Dach. Danke, was ist mit dir, was ist mit dir? Ich dachte, du wolltest fahren. Muss auch einschalten, sonst bringt ja nichts hier. Was ganz geiles zu sehen ist, früher, als ich noch samstags morgens vorm Feiern nach Hause gegangen bin, also mir kommen jetzt hier ab und zu manchmal Leute entgegen, wo ich denke, das ist lange her. Aber es ist auch eine gute Zeit. Wann kommt ihr so samstags morgens vorm Feiern? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, weil die Stadt hier schläft noch, hier ist noch nichts los. Außer die Feierartsen, die hier gerade zurückkommen. Sweet. So, epischer guten Morgen hier. So, da habe ich gerade Schlüsse geholt. Und jetzt würde ich sagen, ab in die Karre. Und dann werde ich nämlich mal hier Kameras installieren. Das habe ich bei der Karre nämlich noch nie gemacht. So, das ist aber unsere Facecam eigentlich, ne? Guck mal da. Morgen. So, das sieht doch gut aus. Ich gehe noch einmal aus der Karre. Checken, ob der Spiegel nicht im Weg ist. Der Spiegel ist doch voll im Weg. Wie soll man das denn? Das ist doch Käse. Wo mache ich die denn? Mach ich die vielleicht unten hin? So, wie sieht es jetzt aus, Freunde? Können wir jetzt so arbeiten oder was? Ich glaube, das geht so. Diesen Knopf drücke und diesen Knopf drücke, da müsste alles laufen. Wunderbar. So, Matthias ist auch schon da. Ein Traum wird wahr. So. Moin. Wie geht's? So, gut. Matthias, gute Nachrichten. Heute habe ich es endlich geschafft. Nice. Ich habe alles scharf geschaltet. Bist du gerade gefahren oder? Ja, von der, also von der Seite da rüber, weil sonst... Ich dachte erst mal, du hast die Vorschöre noch, weil wir von Matthias und hier sind. Ach so, nein, nein. Sonst steht die Karre so lange im Schatten. Ich bin mehr so ein... Ich mag mehr Sonne. Ach so. Geht's dir, bist du fit? Ich bin fit, ja. Ja, also für Samstagmorgen? Ja. Fünf-Tage-Woche ist ein bisschen schwierig, aber... Kurz kommt mal in die Brille. Ja, deswegen habe ich hier auch... Die Karre ist schon halbwegs in die Sonne gestellt, weil wenn der so... 8 Grad warm ist, dann schlägt hier alles. Mal Spiegel gucken. Check mal, wenn du... Mach mal kurz Hände so, Lenkrad oben dran. Das ist ein bisschen weit weg, weil du... Ja. Weil wenn du mal fix reagieren musst, musst du ja irgendwie, also im Idealfall so lenken können. Mhm. Und wenn du das so weit hast, dann kommst du nachher nicht dran, also in einer Notsituation. Mhm. Du hast ja da jetzt auf L gestellt und jetzt kannst du das Ding bewegen wie Xbox oder Playstation. Einfach genau. Wie so ein... Ich weiß gar nicht, wie der Knüppel da ist. Steuerkreuz nicht, aber das andere Ding. Ich weiß, was du meinst, ja. Nice. Gut. Ja. Ja. Ja, dann cruisen gleich durch die Autobahn. Mhm. Und dann schauen wir mal, wo wir da landen. Ja, warte, bleib kurz stehen. Ach, Alter, Alter. Das war direkt zu viel am Herzen. Warum streame ich über Twitch? Manchmal, wenn ich über YouTube streame, ist es einfach im Chat eine Vollkatastrophe. Da sind viele Vollidioten unterwegs. Da hast du keinen vernünftigen Chat, da können sich die Leute nicht unterhalten. Twitch ist irgendwie eine coole Stream-Plattform. Die Qualität an Zuschauern auf Twitch ist deutlich höher. Okay. Es sind nicht so viele, aber wenn auf YouTube irgendwie manchmal 200 Leute gucken, sind davon 50 Vollidioten. Ja. Und dann schreibt einer, oh, geile Piep, oder zeigt mal Piep und Piep. Und das würde ich gerne mal Piep und dann denkst du dir, was ist das denn? Warte, 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 warte. Hm? Immer vier. Eins, zwei, drei. Und... Genau. Dann hast du Fahrschul-Style. Alles andere ist so normale Menschen-Style. Das ist die Zeit. Langsam, 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 langsam. Außer direkt rechts, wo links. Dann gleich links weiter. Egal was passiert, das ist schon mal gut, wird stehen bleiben. Ja, ja. Samstagmorgen 8.28 Uhr. Wir sind schon voll am Start. Einige schon. Weil, wenn mein Horstbeck in Rogen kommt, dann nicht. Komplett leer. Ja? Ich bin mit meinem Fahrrad komplett durchgefahren. Ja, das ist halt tatsächlich ganz geil, ne? Links fahren wir vielleicht weiter. Ich mach das auch immer ganz gerne, Samstagmorgen Fahrstunden, weil dann schaffst du halt viel. Das musst du so in der Woche, brauchst du halt, also locker drei Fahrstunden dafür, für das, was du hier in zwei abweißen kannst. Jetzt mal auf die Autobahn kommt, glaub ich, jetzt halt schon eine Stunde um. Jetzt so ungefähr, ja. Brille geht noch nicht, ey. Erst fahren wir hier. Geflägt sofort. So, dann fahren wir gleich rechts weiter. Und du kommst die Kurve schon gut an, dass du einfach hier locker rumkommst. Weil manchmal, wenn LKWs von oben kommen, jetzt ist es Samstagmorgen, jetzt ist das entspannt, aber dann schneiden die LKWs noch ein bisschen auf deine Seite. Und wenn du dann zu schnell bist, dann fällt dir das in der Kurve schwer, da noch drauf zu reagieren. Ja. Kamst da morgens, keine Ahnung, ey. 50 Fahrer. Genau. Also die beiden hinten hier. Aber in der Woche sind auch unterschiedlich. Mhm. Auf der Strecke hier, wenn du da in der Prüfung fährst, musst du dir das so vorstellen, es geht ja jetzt lange und geradeaus, ist ja nichts, kein Stoppschild, du kannst dir Prüfer auch nicht zeigen, dass du irgendwas toll kannst, außer Innenspiele beobachten und das kannst du so alle 15, 20 Sekunden machen, weil während wir hier so fahren, rede ich ja mit dir eben, keine Ahnung, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir im Mund, was macht der Garten oder irgendwas und während wir so reden, beobachtet er dich trotzdem, immer mal wieder, der guckt halt, der guckt halt so hinter mir in den Spiegel und dann sieht er, was deine Augen machen, wenn du zwischendurch immer wieder, wie gesagt, diese 15, 20 Sekunden in den Spiegel guckst, ist der lucky, dann sichere dich auch nochmal einmal hinten ab, einfach so, du bist das fast, und dann lässt er dich in Anführungszeichen so ein bisschen später mit der Beobachtung in Ruhe, weil, wenn er am Anfang gesehen hat, dass du die ganze Zeit, wo du guckst, dann braucht der da auch nicht so Finne dran, die ganze Zeit immer so machen, locker, 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 wenn du das in der Prüfung machst, das machst du einmal, danach ist es schlecht, danach fahren wir rechts gerade und dann sagt er so, Matthias, frühes Hochschalten, spätes Zurückschalten und umweltschonende Fahrweise, dann kriegen wir direkt die rote Garte. Aber auch hier, achte drauf, dass du nicht zu schnell willst, solange das Schild noch nicht kam, dass du dann wirklich wartest bis zum Schild und ab dem Schild dann praktisch beschleunigst, genau. Vielleicht zwei Autos, das war's. Das ist an der zweiten Ampel links, es gibt Prüfer, die sagen jetzt schon, ja, wir wollen an der zweiten Ampel links, einfach um dir das leicht zu machen. Aber wir bleiben erstmal noch auf der Spur. Wichtig ist, wenn du die Spur wechselst, auf die linke Seite, dass du immer die Reihenfolge einhältst und das, also alles nacheinander machst, nichts zusammen machst. Das heißt, du guckst erst in den Innspiegel, dann in den Außenspiegel, dann machst du nur einen Seitenblick, also keinen richtigen Schulterblick und dann kannst du die Spur wechseln. Das Ganze nicht kombinieren, weil sonst hat der Prüfer ein Problem, das auch zu erkennen und du darfst nicht rechts überholen. Wenn der linke jetzt hier langsamer wird, musst du halt auch auf seiner Geschwindigkeit bleiben. So, jetzt kannst du schon mal einen Blinker anwerfen, genau. So. Ich bleibe auf der Spur, oder? Nee, nee. Du musst jetzt, genau, nochmal an Seitenblick und dann geht's rüber. Und dann bleib von zwei Spuren, die du hast, auf der rechten erstmal, weil das ist die einfache, damit du dann hier auch Ruhe hast und dir gleich alles in Ruhe angucken kannst. Die linke Spur ist immer die zum Überholen. Achso. Das kannst du später machen, dann ist das hängen, dann kannst du da drauf gehen, nur in der Prüfung ist das nicht so cool, weil wenn du da drauf bist, haben wir ja kein Fahrschulschild auf dem Dach. Achso, haben wir kein. Nee. Und dann erkennen die Leute von hinten nicht sofort, dass wir eine Fahrschule sind. Und wenn du auf der linken Spur bist und ballerst nicht sofort los, dann fahren die alle hinten drauf und sagen, was ist mit dir, was ist mit dir? Ich dachte, du wolltest fahren, ich dachte, du wolltest fahren. So, und dann ist die Situation nicht ganz so geil. Deswegen ist immer die rechte, die einfahrt, also die Spur sind. Ich hoffe, man hört den Ton. Ich habe sonst in dem anderen Auto hier in der Mitte noch so ein Mikro-Anrichtung, aber es müsste schon gut gehen. Wichtig, dass du jetzt eine richtig große Kurve fährst. Das ist halt wie die Linie da, ne? Ja, ja, genau. So, daneben halt eine stelle Laufung. Große Kurve halt. Genau so. So. Du darfst ihn nicht überholen, sonst ist Prüfung sofort erledigt. Da musst du drauf achten. Was, ja? Rechts, also du darfst nicht mehr rechts überholen. Falls du außerhalb des Schloss Nordrhein bist, ist rechts überholen, aber unten. Und ich weiß, dass das viele machen. Der ist halt neben dir und dann zieh die einfach dran vorbei. Deswegen ist das auch so ein Bewohner. Du fühlst dich so komisch an, das doch nicht zu machen. Wir fahren gleich Richtung Oberhausen weiter. Das ist nicht so, wo das ist. Wenn der Prüfer dir das sagt, macht überholen jetzt keinen Sinn mehr. Es kann passieren, dass du in der Prüfung hier einen LKW vor dir hast. Dann fahr halt mit 80 oder 90 hinter dem Herd. Wenn du siehst, wo Oberhausen ist, schmeiß einen Blinker an. Entschuldigung? Ja. Damit hinter dir die Leute nicht anfangen, verrückte Überholmanöver zu planen. So. Noch nicht so stark unter Bremsung, weil das ist erstmal nur so ein Zubringer. Jetzt musst du gucken, wo Oberhausen ist. Fert. Gut, dann nochmal die Spiegel checken, weil wenn da auch so ein Moped kommt, so wie da hinten, siehst du den? Die ziehen manchmal einfach noch so rein oder meinen, das schaffe ich noch. Guck mal, links im Spiegel, wie schnell der ist. Dann zieht der hier vorbei. Das war auf dem Fak 120. So, und diese Kurve hier, immer ungefähr mit 50 anfahren. Dann hast du einen super Mittelmaß. Danach kannst du dich aber entscheiden, ob 40 okay ist oder 60 oder 70 okay ist. Das kommt von Kurve zu Kurve an. Also, Aufkunft zu Kurve. Genau, weil manche sind klein. Guck mal, hier ist es halt schwierig mit 60 durchzufahren. Genau. Jetzt halte ich dir den Innenspiegel zu, guck nur in den Außenspiegel, aber mach alles in Ruhe und nach Reihenfolge. Seitenblick und dann wechselst du. Genau, und jetzt siehst du links den LKW? Dann gib ein bisschen Gas, dass du schneller bist. Genau. So, aber noch nicht wechseln. Das ist auch verboten. Genau. So ein Seitenblick. Am besten jetzt nochmal machen und dann wechseln. Wenn du dann hier drauf bist, dann erstmal sammeln. Dann nicht sofort, jo, alles klar, der will ja 120, alles klar, Blinker weiter links, Blinker links hoher. Sondern erstmal kurz Kuh bleiben, dann Lage checken, was machen die LKWs, was machen die LKWs, passt das? Genau, und dann kannst du in Ruhe wieder blinken, die Spiegel hoch, na, also, ja, passt alles. Mir geht es dabei darum, die Beobachtung musst du für den Prüfer ein bisschen klarer machen. Für den Prüfer sieht das im Moment so aus. Du machst einen Blinker, machst du so ungefähr das Geräusch. Also, dass du wirklich zack, zack, also so langsam diese Stationen abklapperst. Dann kann er das abhaken für sich. Okay, jetzt können wir mal rüber gehen. Genau. So, Blinker aus. Oder kannst du da ein bisschen drücken. Wenn du diese Stationen so abklapperst, ist das für ihn ganz einfach zu erkennen. Aber wenn du so machst, dann weißt du ja nicht, was das ist. Was ist los? Eigenständig in der Prüfung irgendwas zwischen 120 und 130. Das reicht dem Prüfer. Wenn du auch mal auf 140 kommst, ist in der Prüfung nicht schlimm. Aber mehr will der nicht sehen. Was er nicht sehen will, ist, dass wir einfach mit 90, aber da mache ich mir über dir keine Sorgen, mit 90 hinterm LKW erfahren. Das will er halt nicht sehen, nur für die Leute, die zuschauen, dass, äh, du darfst nach links gehen, wenn du den weißen überholst, dann darfst du links gehen. Dadurch, du hast gesehen, wie schnell er ist. Weil er den weißen überholt, da fährt er drauf und der Golf genauso. Weil wir den grauen überholen, können wir hier fahren. Das heißt, egal wie viele Spuren es weiter gibt, die linke muss immer zum Überholen nutzen. Wenn du mal links guckst, dann kommt so Forscher, so der nutzt die Spur halt zum Überholen. Wenn hier jetzt keiner wäre, wenn der Rote auch nicht da wäre, dann müssten wir wieder rechts rüber. Dann müssen wir wieder rechts rüber. Weil du Rechtsfahrgebot hast. Also außerhalb geschlossener Ortschaftszimmer das gleiche, hast du Rechtsfahrgebot und du darfst nicht mehr rechts überholen. Genau. Tim-Topp. So, und in der Prüfung fährst du natürlich nicht lange auf die Autobahn. Wir fahren jetzt nicht in Dortmund-Mengede runter, aber der Prüfer würde jetzt sagen, jo, in Dortmund-Mengede wollen wir die Autobahn verlassen. Dann weißt du, okay, ich habe jetzt ein Kilometer Zeit, mich zu entscheiden, überhole ich den Silber noch oder fahre ich jetzt schon rechts rüber? Ja, jetzt scheine ich ja, die sind los. Den noch zu überholen wäre sinnlos, genau. Also, in Anführungszeichen brichst du das Überholmanöver ab, checkst, dass hier alles frei ist, Seitenblick, gehst hier rein und dann kannst du schon, da kommen die 300 Meter Marken, da kannst du halt schon den Blinker anmachen und dann kannst du die Autobahn verlassen. Aber, äh, also der wird halt nie sagen, oh, Dortmund-Mengede, hier, aber runter. Ja. Das nicht. Guck mal, jetzt musst du zum Beispiel rechts rüber. Jetzt? Ja. Also nur auf die rechte Sprung, weil du niemanden mehr überholst. Unsere Autobahn ist ja dreispurig hier, das ist jetzt hier in Dortmund-Mengede, tschüss. Aber hier, fahr mal voraus, schau, check mal die Schilder. Also hier auch nach oben? Nee, guck mal, die haben den Asphalt neu gemacht. Dann wird 600 Meter lang neu, weil der Asphalt hier so schön ist. Keine Ahnung, was hier gemacht hat. So. Und weil wir jetzt niemanden überholt haben in dieser Phase, musst du halt wieder rechts rüber gehen. Und links wechseln. Genau. Du kannst deine Absicht ruhig ein bisschen früher ankündigen, also nicht wie in der Stadt, ob das du so guckst, blinkst, abbiegst, sondern dass du ein bisschen früher schon Bescheid gibst. Ach auch. Weil wenn du dir vorstellst, guck mal, der Golf der da rechts fährt, ne? Wenn der jetzt überholen wollen würde und der würde jetzt blinken, dann nimmst du eine Chance, kannst gucken, kannst vielleicht auch links rüber gehen, kannst den reinlassen, was weiß ich. Wenn der aber jetzt guckt und blinkt, dann ist das schnell und für andere irgendwie schwer zu erkennen. So, wir überholen den, dann ist cool, dass die hier umhört. Wenn du jetzt erkennst, dass von rechts zum Beispiel eine ganze Phantasialand-Schlange hier rüber will, dann wäre es clever, wieder auf die linke Spür zu wechseln, weil die auf jeden Fall hier drauf kommen. Genau. Check, plötzlich schilder. Genau. Und wieder abbrechen das Manöver. Ah, nicht ganz so stark bremsen. Erst im Versuch rechts rüber zu kommen. Weil die meisten, wenn 80 ist, die meisten, wenn 80 ist, fahren locker 90 oder 100 und ballern hier einfach durch. Und wenn du dann in der Mitte von der Bahn bist und bremst da auf 80, dann hast du auf einmal wie alle an dir vorbeiziehen und die lassen dich gar nicht mehr rechts rüber, weil die halt einfach schneller fahren. Was natürlich nicht original ist, aber das ist halt, die machen das halt. Die machen das halt. 80 kommt dann jetzt nochmal langsamer vor als davor. Das ist übel, ne? Weil, ich meine, hier hast du jetzt auch... Das sind ja wie 30 jetzt. Ja, weil du keine Begrenzung hast und nix. Bist du, check mal links, der schwarze hat sich mal schüttelt. Der fährt da doch gar keinen Fall 80, ne? Ja, das war schon sehr knapp. Ja. So, zack. Genau. Ich weiß auch nicht genau, warum wir hier 80 haben. Also manchmal macht das ja Sinn wegen Baustellen oder sowas. Das ist ja aber gar nicht. Aber hier ist nicht viel. Die haben hier... Das ist auch kein Schlaf. Nee, die haben das mal hier probiert. Die haben hier 120 gemacht von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr. Von 6 Uhr... Nee, von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Ja. Ich glaube, wegen Anwohnern oder sowas. Da hat sich keiner mehr gehalten. So, er muss dir jetzt Gas geben, hast du gemerkt. 80 zu Ende. Jetzt kannst du wieder ganz normal fahren. Hast du gemerkt, dass das noch so ein bisschen zackig ist? Versuche ich das einfach nur, eine Ecke langsamer zu machen. Vom Rhythmus her und alles, was du gemacht hast, passt alles. Ist alles cool. Einfach nur die Bewegung langsamer. Und dann ist der Puffer chillig hier. Hat ja keiner Angst. Ach, guck mal, jetzt haben sie das verlagert. Was ist das? Von 6 Uhr bis 19 Uhr. 120. Wenn du jetzt absehbar den Typ mit dem Anhänger zum Beispiel überholst... Cool, dann bleiben wir hier. Aber wenn der jetzt auf 120 fahren würde, dann kein Schock, dann musst du nichts rüber. So, solange du absehbar jemanden überholst, das musst du dir halt so merken, ist das cool, wenn du hier bleibst. Aber es muss absehbar sein. Also nicht, dass du irgendwann in 10 Minuten eventuell auf den LKW triffst, sondern das muss absehbar sein. So, jetzt überholt der eine LKW den anderen. Du kannst gerne links checken, ob es frei ist. Und bleib bei 120. Obachte den hinterher. Ja, alles gut. So, dann Seinblick. Ja, das war jetzt richtig gut. Und jetzt gibt es wieder Gas. Weil du das jetzt, jetzt hast du perfekt alles hintereinander gemacht und langsame Bewegung. Das ist gelüxt. Jetzt haben wir gerne wieder LKW abgebrochen. Dann müssen wir auch noch gleich im Bau wieder aufmachen. Diese Striche hier, siehst du die auf dem Boden? Da blitzt die Polizei oben den Abstand. Wenn du dann, ich sag mal, an Strich 1 bist und das Auto vor dir ist an Strich 2, dann können die daran die Geschwindigkeit der Autos abmessen. Und gleichzeitig wissen die, okay, die Striche sind 50 Meter auseinander. Die Hälfte der Vorto ist 25, also passt der Abstand 0. So machen die das. Ja, 80 bei Nessel. Ciao, ne? Ja, ganz schön, ja. Genau, wegen der Baustelle. Selbst jetzt müssen wir schon mal gucken, ob das reicht, den LKW zu überholen. Aber noch passt das ja irgendwie. Aber meistens blemst du dich in acht Autobahnbaustellen noch weiter runter. Genau, siehst du es schon. Und jetzt gucken wir mal, was der LKW macht. Die Schütze, der wird seine Geschwindigkeit halten. Und dann zieht der ab. Da muss er dann über Ohn-Mann überabbrechen, zurückgehen und die rechte Spur halten. Hier auf dem Schild kannst du ganz gut erkennen, die linke Spur darfst du nicht breiter als zwei Meter sein. Also der Bulli, der da hinten fährt zum Beispiel, ich schätze, der fährt da, das ist nicht gut. Das ist ja lauf. So, in Recklinghausen Süd verlassen wir die Autobahn. Und auch jetzt, also hast du 1,3 Kilometer Zeit, könntest du Überholmanöver beenden, rechts rüberfahren, irgendwie was überlegen. Also ein bisschen rechts rüber noch, hier bei mir hast du noch ein bisschen Platz. So, hier noch ein bisschen. Ich finde das stabil. Eigentlich wäre da die 300 Meter Marke gekommen. Siehst du, aber weil die das hier umbauen, irgendwie, kommt die halt jetzt hier. Ab jetzt, schmeißt du einen Blinker an. Damit jeder checkt, was du gleich machen kannst. So. Du kannst vielleicht kurz Gas wegnehmen, aber langsamer würde ich noch nicht werden. Dann check die Spiegel einmal, dass keiner versucht, da noch rüber zu kommen. Direkt rüber. Und direkt auf 50 runterbremsen. Durch festerbremsen. Noch mehr. Genau. Und das reicht und jetzt kannst du locker die Kurve nehmen. Und beim Schaltwagen würde ich dann jetzt sagen, alles klar, 50 und dann dritte Gang. So. Aber, das ist ja hier natürlich. Jetzt musst du aufpassen, dadurch, dass wir natürlich jetzt über die Autobahn gefahren sind, hast du so ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Und jetzt musst du erstmal schauen, wo ist deine Spur und wie verhält sich das? Von zwei Spuren, die geradeaus gehen, nimm immer die rechte. Achso. Ja, du musst dir ja auch jetzt, musst du dich absichern praktisch und dann schauen, dass du rechts rüberkommst. Weil? Wenn du mal auf den Boden guckst, guck mal, was die linke Spur macht. Und das macht sie in jeder Stadt. Falls nicht, ist es ausgeschildert. Aber normalerweise sind, wenn du zwei Spuren hast, die rechte geht immer geradeaus. Und wenn du dann beim Abbiegen, du warst ja der Einzige, der links abgebogen ist. Dann kannst du dir aussuchen, ob du die oder die nimmst, weil du der Einzige bist. Außer es wäre zweispurig dann. Also quasi, wenn man mit der Autobahn vorher war ja zweispurig. Genau, beim zweispurigen links abbiegen musst du deine Spur halten, die du vorher schon hattest. So im Prinzip. Wir fahren dann jetzt gleich. Hier noch nicht. Wir müssen mal nochmal weiter. Check aber die Schilder, denn da oben rechts sind schon so Gefahrzeichen, siehst du die? Alles klar. 250 Meter. Ich kann mir vorstellen, dass die Shelves auch gerne hier stehen. Wahrscheinlich wegen der Schule hier rechts. So. So, fahren wir rechts weiter. Das ist auch nichts, ne? Direkt nach dem Abbiegen hier so ein Zebra-Schreifen. Das ist auch wieder so eine Straße, wo es schwierig ist, den Parasite kreis zu lassen. Ja. Genau, jetzt ist das cool. Aber wenn dir halt jemand entgegenkommt, geht's nicht, was willst du machen, ne? Also dann musst du zusehen, dass du da drüber fährst, was einfach nicht passt. Ja. Und dann halt so groß, du kannst praktisch diesen Bogen fahren. Genau, damit der sie nicht rasiert. Durch die Parken in den Autos nicht ganz so geil. Wäre umgekehrt. Und lass den Fuß lieber, also ich gefühlstechnisch würde ich den Fuß noch lieber auf der Bremse lassen, weil wenn irgend so einer da pennt und zieht da durch, dann musst du fresh sein. So gut reagieren können. So gut reagieren können. Ist überall, ne? Und die haben überall das Schild hier hingestellt. Gefährliche Kreuzung. Gefährliche Kreuzung mit rechts vor links, genau. Wobei ich glaub für die Höhen gab's ja schon schlimmere Straßen, da war kein Schiff. Jaja, klar. Ja, jetzt fahren wir die Britte wieder raus hier aus dem Ding. Lass dir Zeit und versuch schön langsam kontrolliert, um die Dinger drumherum zu fahren. Ruhig ein bisschen anbremsen, weil sonst kriegst du spätestens hier Schwierigkeiten, wenn du über die Sperrfläche fährst und Spiegel und Blinken und Schulter blicken. Ja, genau. Versuch nicht ganz so stark, ja, wir warten hier auf jeden Fall, aber versuch nicht ganz so stark reinzufahren, weil sonst könnten andere auf den Keks kommen, dass du hier parken willst. Passt, zack, zack. Und dann Schulter blicken? Ja. Immer, falls einer nur mit dem Fahrradbrötchen holen will oder was. Jetzt wird den nicht mitnehmen. Ein bisschen zu erwarten. Eigentlich führt die Brilleautomache zur Sonnenbrille, wenn ihr das verstanden. Aber durch Scheiben scheinbar nicht. Am Ende? Durch Scheiben scheinbar nicht. Okay. Sehr gut, dann lass ich. Am Ende fahren wir links. Lass dir Zeit, ruhig nochmal blinken und dann halt tasten, weil von hier aus siehst du erstmal gar nichts. Dann musst du so langsam und sicher rein, bis du eine richtig gute Situation hast, wo du sagst, es passt auf jeden Fall locker. Ja. Auf jeden Fall aber. Ja. Einiges. Jetzt kommt vorne links was. Ja. Aber kein Ding. Wenn du in der Prüfung auch mal zwei, drei Minuten hier stehst, kein Problem. Wichtig ist, dass du dabei die Nerven hältst und keine krasse Entscheidung kriegst, wo du sagst, da muss ich jetzt unbedingt rein. Weil das ist der Grund, warum der Prüfer solche Straßen anfährt. Der will halt sehen, wie in Anführungszeichen nervenstabil bist du, was das angeht. Weil er könnte, also wir könnten ja jetzt auch einfach sagen, alles klar, wir fahren rechts, kein Problem. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wie du das abschätzt in solchen, in Anführungszeichen, unangenehmen Situationen. Was ganz geil ist, ist, du kannst in die Schaufenster der Läden gucken. Da siehst du so ein bisschen die Reflexion von den Autos. Wo ich hier auch perfekt sehe, ob da was kommt. Okay, dann ist gut. Ich seh nur die Mülltonne. Ja, ich seh die. Tränen tatsächlich. Ich bin der Bruste vorne. Übertrieben. Ich schlafe auch mal eine. Ah, in Recklinghausen, die schlafen nicht. Ich probiere jetzt, dass die Chance. Und irgendwann hast du dann so eine Gelegenheit, du kannst halt locker fahren. Aber so bleibt die ganze Prüfung entspannt. Mhm. Du hattest jetzt nie eine Situation, wo du dich hier reingequetscht hast, der von hinten halt gehumpt, da wärst du sowieso durchgefallen. Und ist alles gut geblieben. So musst du schauen, dass du das dann in der Prüfung auch regelst. Boah, in Recklinghausen weht die Sonne auch. Ist ja wie ein Lüge. Ja, ehrlich. Ist manchmal auch schwer zu erkennen, wenn dann noch ein Bus fährt und dies und das. Und jemand über, genau, kann man auch machen. Von der ist jetzt sehr weit weg. Ja, wahrscheinlich für sein Herzgefühl war das wichtig. Bis zum nächsten Mal.